Hallo! Ich weiß Leute, ich bin immer noch unterwegs und die Beleuchtung ist nicht die beste. Aber ihr wisst Leute, Georg 2 muss man wieder mit euch reden. Heute rede ich über den YouTuber JaviTV. Viele kennen JaviTV, der hat knapp eine halbe Million Abonnenten auf YouTube und sein Content besteht aus Streets-Umfragen. Er geht auf die Straßen und macht gerne Umfragen mit Menschen, jeglicher Art von Umfragen. JaviTV oder auch der YouTuber Khan Javi hat auch sehr viele Probleme gehabt mit diesen Straßenumfragen. Einige feiern ihn, einige auch nicht. Jetzt in den letzten Tagen hat er wieder ein Straßenumfragen-Video hochgeladen. Das Problem bei der Sache war das, dass er mit einem Mädchen geredet hat, so was war die schlimmste Sünde, die du gemacht hast und das Mädchen gesagt hat, ich hatte etwas mit einem Rapper. Daraufhin hat er gefragt, mit welchem und sie sagte Flair. Er hat natürlich die ganze Sache nicht ausgeschnitten, sondern hat es so gepostet, so wie es auch ist und daraufhin hat dieser Rapper Flair diese Videos gesehen und war auch sehr sauer. Er dachte sich zuerst, was labert dieses Mädchen, das stimmt doch gar nicht und hat daraufhin auch JaviTV, also diesen YouTuber, angeschrieben und ihn darauf hingewiesen, löscht dieses Video, Mann. Natürlich kann man wieder spekulieren und sagen, er hätte es besser sagen können, denn JaviTV hat ein Video veröffentlicht von diesen ganzen Chat-Verläufen, wie Flair mit ihm geschrieben hat, wie er mit ihm geschrieben hat und natürlich hätte Flair besser schreiben, anstatt dass er ihn droht mit Anwälten etc. und ihn auch so bedroht von, wir werden uns bald sehen. Aber andererseits verstehe ich, dass das Bild eines Rappers ungern in den Schmutz gezogen wird. Und wenn ein Mädchen sagt, ich hatte etwas mit einem Rapper, ob es jetzt stimmt oder nicht, möchte man sowas ungern in die Öffentlichkeit preisgeben. Denn die Medien lieben es, über Rapper, über Personen des öffentlichen Lebens etwas zu bekommen, um dann darüber zu berichten und das dann zu schlecht darzustellen. Die Sache ist die, dass keiner von diesen beiden eine Lösung haben möchte. JaviTV sieht, dass Flair falsch ist. Er hat auch gesagt, ich habe einen guten Freund, der MMA ist, der hinter meinem Rücken ist. Wenn du willst, können wir uns treffen, wir können eins gegen eins das machen. Obwohl ich mir denke, das hätte nicht sein müssen. Wozu das Ganze? Flair behauptet, es wird bald ein Schreiben von einem Anwalt kommen. Ob man das wirklich so weit in die Spitze treiben muss, ist gefragt. Man hätte auch klug sein können und einfach die Zähne im Nachhinein ausschneiden können. Man hatte die Option auf YouTube und das war's. Denn keiner möchte den anderen schlecht darstellen im Internet. Und wozu das Ganze? Natürlich generieren beide eine sehr große Aufmerksamkeit momentan. Jeder möchte wissen, was macht Flair, der Rapper. Andere wollen wissen, was macht JaviTV, der YouTuber. Die Leute lieben Beef. Die Leute lieben es, wenn Menschen aufeinander losgehen. Die lieben es. YouTube kann auch gut sein ohne Beef. YouTube-Videos kommen auch gut an ohne Streitereien. Lasst uns gemeinsam nicht immer Beef, Beef, Beef. Menschen sollen sich gegenseitig hassen, damit wir eure Videos anschauen? Das ist nicht richtig, Mann. Ich bin mir sicher, dass dieses Video JaviTV ansehen wird. Vielleicht sogar Flair. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn ihr diese Videos anschaut. Also ich habe keinen Bock, dass ihr Beef macht und dass ihr Probleme macht. Es wäre mega, wenn ihr eine Lösung findet. Eine gute Lösung. Eine Lösung, wo keiner sagt, Ehre, Mann. Nee, nee, nee. Ich mache das nicht, Mann. Ehre, Ehre. Denn was bringt sich das Ganze? Ja gut, Ehre, Ehre. Jetzt hast du eine Anzeige. Jetzt hast du einen Anwalt. Und der andere hat ein schlechtes Image. Wozu das Ganze? Das war meine Meinung. Ich hoffe, ihr findet beide eine Lösung. Und geht dem Ganzen einen guten Weg. Ich habe auch gesehen in der Story, JaviTV wird heute wieder ein Video hochladen. Höchstwahrscheinlich über dieses Thema. Und möchte etwas zeigen, was dann im Nachhinein gesperrt wird von YouTube. Ich sehe, dass das alles eine ganz andere Liga ist. Es hätte nicht sein müssen. Bildet euch eure eigene Meinung. Like, schreibt unten in den Kommentaren, was ihr dazu hält. Findet ihr wirklich Beef-Videos? Ist das Beste, wenn sich Leute streiten? Ist das das Beste, was ihr haben wollt? Ich gehe gerne solche Sachen aus dem Weg. Ich weise Leute darauf hin, wie es war. Und dann mache ich kein Video mehr darüber. Ich mag sowas nicht, feiere sowas nicht. Und die Leute sollen sich nicht daran gewöhnen bei mir, dass sie Videos sehen, wo Leute oder wo ich mit jemandem streite. Das ist umsonst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es der Fall ist und wenn ihr mehr von solchen Videos haben wollt, wo ich über solche Themen rede, dann bewertet das Video mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Glocke aktivieren Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns bald bei einem neuen Video. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Bis zum nächsten Mal.